Let's hallo und herzlich willkommen zum Gaming Heroes Weihnachts Adventskalender. Auf YouTube gehört es ja langsam zum guten Ton zur Adventszeit tägliche Videos zu bringen. In der Regel sind diese Videos dann besonders toll. Wir haben uns hingegen gedacht, nein, da machen wir nicht mit. Wie wäre es stattdessen mit besonders schlechten Videos? Daher sind die jetzt vom 1. bis zum 24. Dezember Videos zum Thema 24 Dinge, die deine Videos richtig scheiße machen. Weitere Ideen gerne in die Kommentare und jetzt viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.